I like it that way That way Neue Folge Natürlich wieder human for flat Wir sind immer noch hier stecken blieben in diesem einem Verdammten Level das irgendwie verhext ist Aber ooooh ne Brechtstange Ne Brechtstange für mich ist ne große Brechtstange Ganz große tolle Brechtstange Können wir das fast kaputt hauen Komm lass mir das schüsseln Fass hier kaputt hauen Lass mir das kaputt hauen Soll ich komplett verarschen Okay will ich schon mal so nicht Das ist schwer Soll ich irgendwas ne Im Hof ist leider nichts drin Schade Ist hier irgendwas drin? Vielleicht Secret vielleicht ab und zu Nicht? Auch schade Aber ich glaub ich weiß wie wir das sogar schaffen können Das Level Ich muss das da hier nehmen Und hier einmal da dran hängen Ja Ich brauch das Teil Safe Also am besten mit beiden Händen Oh ah Irgendwie ist falsch herum Weißt du das? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Nein 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 Ach huh Glück gehabt Boah also heißt es das brauchen wir Gut Neues Glück Neues Glück Neue Versuch würde ich eher mal sagen Wenn wir es schaffen hier drauf zu kommen Oh verdammt Egal da gucken wir Okay Wir müssen da drüber Scheiße Sieht schon besser aus Also wenn wir sich mit einer Hand hier In diesem Teil da festhalten Schwingen Schwing um dein Leben Kleines Bändchen Schwingen Aber nicht so wenig schwingen Mehr schwingen Mehr schwingen würde irgendwie gut tun Schätze ich mal Das Level hat es echt in sich finde ich Ich frage mich ob noch schwere Level kommen Komm Kleines Bändchen noch einmal Schwingen 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 Perfekt Hamsterrad 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 Ich laufe Und laufe Aber ich will irgendwie nicht Ist Hamsterrad einfach kaputt Ich muss wieder irgendwas machen Mit diesem komischen Teil hier Ich muss wieder mit Beinhänden bitte Und vielleicht ist der hier Hier runter Hier Ich werde eben nicht was ich machen muss That's the thing Woh dran ist denn befestigt Muss irgendwie kaputt gemacht werden oder? Mit diesem Brett Nä Brette muss mal kurz weg Du verschwärst mir kurz mein Arbeitsmaterial Einmal mit Gewalt draufhauen Du gießt es damit kaputt Willst du nicht kaputt gehen oder was? Ich verstehe gar nicht was ich machen muss Ein bisschen traurig Scheiße Ey was muss ich ein bisschen hier machen Ich glaube ich bin vielleicht falsch rum im Hamsterrad gelaufen Ja Ja Oh nein falsche Richtung Kleinen Moment Ich muss mir dieses Brett hier drauf tun Damit ich hier auch da hoch kann Ich bin so ein Genie So Brett Müssen wir dann kurz Da drauf Würdest wir kurz da drauf lassen Brett hör auf dich zu erdrücken Brett Wir können es ganz friedlich klar Aber ich muss hier wieder reinhauen Ist da eine Entscheidung Weißt du was? Brett du kannst nicht mal Ich lauf es einfach ohne dich Gut Da war doch mal Lauf, 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 lauf Lauf, lauf, lauf Ich bin ein kleines Hamster Äh ein kleines Hamster Ich bin ein kleines Hamster Hamster, Hamster Ich muss hier einhaken glaube ich Oder? Das muss hier sein Du musst hier einfach so einhaken Muss Wäre nicht komplett inkompetent Gute Scheiße Komm rein, rein, rein Nein Du musst jetzt weiter drehen Gut Neuer Versuch Mit beiden Händen dran Gehen und Einhafen Ist eingehackt Gut, jetzt drehen wir wieder hoch Was dann passiert Ach Was soll ich überhaupt hier mit dem Brett machen? Verstehe ich bis heute noch nicht Oder bis jetzt noch nicht Ich verstehe es einfach nicht Leute Was will ich denn da machen? Ich glaube ich drehe es mal wieder etwas runter Sicher ist sicher Ich muss aber wieder auf den Stein springen Ich glaube ich drehe es mal wieder etwas runter Sicher ist sicher Ich muss aber wieder auf den Stein springen Du musst mich nur da drauf lassen Das ist nicht besonders schwierig Verstehst du das? Habe ich noch was kaputt gemacht Herz und Glückwunsch Lolli Lass mich doch einfach da drauf Mann, du beschissenes Männchen Ich hasse dich Ich hasse dich Du musst mich doch nur Du musst hochklettern Hochklettern Nicht dieses scheiß Teil verschieben Ey schau was du jetzt gemacht hast Besonder Müll Ey das gibt's doch nicht Männchen Was du gemacht hast Und die ist Teilnehmen Und ich weiß ja einfach nicht weiter Was ich hier machen muss Das ist das Ding Ne ich habe keine Ahnung Schreibt auf die Kommentare was ich hier machen muss Bis zum nächsten Mal Haut rein Euer Lolli